Es gibt viele Mittel und Wege, etwas nicht bezahlen zu müssen. Beim Service 130 zahlt die Firma, die sie anrufen, ihren Anruf. Da können sie kostenlos mit ihrer Bank, ihrem Reisebüro und mit jeder anderen Firma telefonieren, deren Nummer mit 0130 beginnt. Service 130. Telefonieren zum Nulltarif. Service 130. Telefonieren zum Nulltarif.